Ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Abend. Heute das letzte Mal mit einem musikalischen Gruß von mir, weil die ganzen Sachen werden ja langsam aufgehoben, die Geschäfte haben wieder offen, man darf sich mit Leuten treffen und es kehrt ein Stück Normalität zurück. Ich habe mir großen Spaß gemacht, mit euch zu musizieren. Ich habe euch ja leider nicht gehört, aber ich habe viele Zeilen von euch gelesen, die ihr mir geschrieben habt und dafür möchte ich mich ganz herzlich aufrichtig bei euch bedanken. Die Taten sehr, sehr gut haben mir Mut gemacht auch. So hat man sich gegenseitig auch gut getan. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche und es war mir eine Ehre. Auf bald! Musik Down at the Cross Down at the Cross where my Saviour died Down from the cleansing from sin I cried There to my heart was the blood applied Glory to his name Glory to his name Das machen wir nochmal Das machen wir nochmal Down at the Cross where my Saviour died Down from the cleansing from sin I cried There to my heart was the blood applied Glory to his name 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 There to my heart was the blood applied Glory to his name There to my heart was the blood applied Down at the cross where my Saviour died Down at the cross where my Saviour died Down at the cross where my Saviour died There to my heart was the blood applied Glory to his name Bleibt gesund und vor allen Dingen vernünftig! Auf bald! Ciao!